Moin Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Selfmade Video. Ich habe einen kleinen Selfmade Perler gebaut, mit Wunderkerzenstaub drin. Und dann gucken wir mal, wie der so ist. Ich würde sagen, für Wunderkerzenstaub geht der doch ganz fit. Also, ist ganz in Ordnung, kann man machen. Aber BKS ist natürlich besser. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.